Die droppen jetzt aber doch ganz gut was, ne? Ja. Ich mag keine Viecher, die mit Handeln werfen. Oder Knochen oder was auch immer das ist. Das sieht ja schon oft genug wie ein Fitnessstudio. Ja, genau. Aber ich glaube, ich steig mal kurz auf C4 um. Ich glaube, ich steig mal kurz. Ich bin ganz gut unterwegs, die Jungs hier. Ich bin ganz gut. Leck mich fett, ist das schnell, ey. Ja, man kann gar nicht gucken, was man eigentlich macht. Ne, genau. Ich kann nur so ein bisschen ausweichen, bis sie seitwärts laufen. Und dann volle Granate, Renate. Das ist nicht immer ein Fest hier. Ja, genau. Jawoll. Ja, la, 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 la. Den dauern auch nur fünf Stunden. Ja, genau. Nein, Sonne. Ja, genau. Ich wäre schon bald dann wieder zum Ziel gelaufen. Oh. Oh, ne, nicht schon wieder. Das ist doch die, die mit den Ölfässern wirft, ne? Ja, mit den Ölfässern wirft. Das ist ja noch eine von da. Ja, die ist auch weg. Ja, die ist auch weg. Guck mal, auf dem Felsen ist auch was. Ja. Ah, da oben, ja. Häftig, ey, was man hier überall einsammeln kann. Oh, nein. Alter, jetzt wird's aber fett hier. Soll ich, nie. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich war ganzinha. Wir sind auch am Anfang. Ich war ganz schön. Ich bin einverdienst. Ich bin zwei Doktorzeuge. Wir sind hierher- Ich bin glaube ich seems jemandem. Wir sind nicht zu verbreiten. Ich kann es hierher- da oben noch mal gucken was das ist ja gerne noch mal komplett das ist so krass wenn ich war da oben sogar schon aber nicht ganz oben ich weiß gar nicht wie man da immer dahin kommt ich weiß gar nicht ob wir überhaupt noch zurückkommen also da musst du auf jeden fall sehr weit laufen ja aber ich glaube hier ist dann schluss da kann man nicht mehr weiter hätte man bevor man runter gekommen ich habe es runter geschossen mit zielfernrohr geht das dann auch bei den anderen sachen so aber wo ist es hingefallen was weiß denn überhaupt weiß ich nicht also ich konnte konnte also es ist hier runter gefallen aber ich kann es auch nicht einsammeln was geil wo es ist ach doch warte mal da hinten liegt jetzt das kullert hier nur lang guck mal wo ich bin da liegt es ist das zeitverzehr haben wir wieder bekommen ja ja aber jetzt kann man fahren und ich will damit mal fahr künstler hat die steuerung reagiert aber auch sehr extrem aber wenn man die maus mitbewegt geht sogar und sich nur daran gewöhnt so warte es wie es wie so wie es 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 Oh, ich bin mal wieder am Baum gelandet, aber jetzt geht's. War wohl zu schnell. Oha. Da geht's. Und hier auch, wer Beet fahren kann? Bestimmt, klar, eine Abkürzung. Konvoi Delta, Echo Alpha Delta. Opposition in Street Clicks west of Carcassonne. Auton Route D6113. Route to Montclair. We are under attack by enemy forces. Calling all nearby units for backup. I repeat. Vielleicht gab's da eine Nebenbission, weil da links... Da qualmt es so fett. Ja. Können wir mal einfahren. Ja. Dampftes Fett. Ja, da ist es irgendwie... Das bestimmt eine Nebenbission. Und wenn jetzt ein Graden kommt, haben wir ein Problem. Auf jeden Fall. Oh, wir sind schon immer mal durchs Maisfeld. Schade, dass er den nicht umfährt. Ja. Alter, ich sehe null, ne? Nur noch Mais. Ah, jetzt. Oh ja, hier gibt's was. Bestimmt. Das gibt ja was. Sorry, French Convoy-Dudes. Das gibt ja was. Was haben wir denn gekriegt? Wir haben irgendein Gewehr, glaube ich, bekommen. Oha. Oh, was war's. Oh, 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 oh. Hattest du einen Zeitverzehrer geworfen, ja, ne? Genau. Ah, sehr gut. Oh, damn it. Ah, zack. Zack. Das ist ja der Schrei. So laufen wir ja morgens immer zur Arbeit, ne? Aber vor Freude. Ja, auf jeden Fall. So, es geht wieder ab, weiter. Ich weiß nicht, was wir bekommen haben. Irgendein Gewehr haben wir bekommen. Ich habe kein neues. Ja, also irgendwas hat er bei mir da unten ins Gewehr gepackt, aber dann hätte ich es ja aktivieren müssen, ne? Also, boah, das da oben am Himmel sieht ja fett aus. Ja. So ein bisschen Retro-Grafik irgendwie gefällt mir. Aber sie haben es schon fett gemacht, ne? Wenn du überlegst, ey, ist eigentlich Open World, kannst du hier rumfahren, wie du willst, ne? Ja. Trotzdem hast du mal eine gerade Linie, wie du zocken musst irgendwie. Ich habe mich umgebracht. Ich habe keine Karre mehr. Du meintest aber, die Karre wird angezeigt, ne? Ja, genau. Oh, ich bin auch, ich habe gerade die Karre versenkt. Und wo wird die angezeigt? Ähm, und zwar, du siehst so ein Rad vor dir in der Mitte. Also, bei mir steht zum Beispiel jetzt 1100 Meter zum normalen Ziel. Und dann siehst du auch, wo du verunglückt bist. Also, ja, ich leider nicht. Also, siehst du kein Rad in der Mitte, so ein graues? Äh, es gibt nur das Hauptziel. Ah. Wahrscheinlich, ähm, weil du die Felge geschrottet, äh, nicht die Felge, das Quad geschrottet hast oder so? Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich, meins ist ja auch irgendwie, ähm, im Wasser gelandet. Siehst du, musst du mal, genau, musst du mal auf dem Handy gucken, dann siehst du das. Ja, ja, sowas habe ich tatsächlich. Alter, was für eine Strecke, ne? Genau. Deswegen gab es ja einen Quad. Ja. Müsst du doch mal gucken, äh, wie wir da übers Wasser kommen. Ich weiß nicht, ob der schwimmen kann. Lauf, Forrest, lauf! Ah, da ist die Brücke. Oh, er hat mich gehört. Ach, er wieder. Hey, Kind, wie ist die Franke? Oh, Sir, du wirst nicht glauben, die Dinge, die ich hatte, um hier zu kämpfen, um hier zu kommen. Aber hier bist du. Siehst du, Kind? Du hast es. Ja, Sir. Ich glaube, ich habe es. Ich habe es. Das ist nicht richtig, ist es? Also, Kind, fühlst du, dass du jetzt ein Teil des Teams bist? Ja, Sir. Ich bin sicher, dass ich die Brücke mit Roderigus schlauere, fliege mit Hellfire, und... Aber... Was... Was macht Carter, genau? Wir sind nicht sicher. Klassifizierung. Ich hoffe, wir finden den damn Grail, Sam. Vielleicht ist der Real Grail, was die Freunde, die wir gemacht haben, mit dem Weg. Und die Frau, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. ich hatte gerade geguckt ob es irgendwo noch eine neue waffe gibt oder so und sich eigentlich müsste man echt schön rumlaufen wenn er schon wieder so viel rumliegt er erinnern wir zwischen gleich ärger geben ja noch c4 und die vampirer auch noch eigentlich alle das ist alles da was ich brauche Oh. Uh oh. Oh.